und ich glaube ich remove das hier hinten mal das braucht man nämlich gar nicht mehr ich mache nämlich baracken nur immer mit zehn zehn zimmern und macht dann halt drei baracken die dürften da ja hin passen hier sind schon mal die nächsten privaträume geplant auch nebenbei ich sollte jetzt mal gucken ob ich cabinets habe ja habe ich die kann ich aufstellen und das war es auch schon mit den cabinets aber nicht dass hier oben noch welche gebraucht werden oder doch hier wird doch eins gebraucht also x und x ein cabinet bitte hier rein stellen so und dann gucken wir mal kurz hier runter noch ein cabinet brauchen wir nicht unbedingt und die elf verlassen uns bald ist okay trinken sieht wieder sehr gut aus plans haben wir ja noch genug zum verbrauchen wir haben jede menge plant permits also ist das schon mal kein problem wie sieht es mit bins aus die sind bald fertig gut ach ja ich wollte doch die stockpiles richtig einstellen so du bist ein armer stockpile du kriegst jetzt für dich kurz in apple verbitt du kriegst flasks das sind nämlich die wasserschläuche flasks armour sind rüstungen die kriegst du auch und backpacks und quivers kriegst du so gut gut und denen hier nehmen wir genau diese sachen jetzt weg so nämlich flasks backpacks und dem hier unten auch finish kurz flasks backpacks quivers und irgendwo war noch amor genau so da wird das alles hoffentlich in der kaserne gelagert wobei ich für die sachen eigentlich fast schon eine zentrales lager lager haben sollte wahrscheinlich dann eher hier so die üben fleißig mit ihrem bogen auch wenn ab und zu mal wieder feine daneben gehen und der eigentlich scheinbar gar nicht im dienst ist ach ja so du da habe ich noch was vergessen nämlich hier artefakte herauszunehmen sollen so backpacks und alles wird platziert sehr gut ich kann leider keinen cleaning befehl geben weil auf meiner brücke sieht das ein bisschen ekelhaft aus dem ganzen blut und allem so du bist ein skelett ok wir können jetzt hier glaube ich building groß c floor bauen da drüben noch ein bisschen flora aus konglomerat blocs und da drüben noch mal dasselbe so konglomerat blocs und danach müssen wir wieder konglomerat blocs herstellen so ich gucke mal wieder in meine schatzkammer dort habe ich ja immer noch die dampfzone so die hätte ich da gerne mal weg und dann hätte ich auch bei gelegenheit gerne mal designation b das hier alles geklebt der eine troll ist nämlich noch nicht geklebt gewesen und dann möchte ich gerne dass die dampfzone hier wieder aktiv wird das geht jetzt gerade sehr gut ab weil ein haufen exposes bei minern sind sehr schön wenn die ebene vorbei ist es noch zwei ebenen dann haben wir endlich unseren refus und ich glaube diese seite da brauche ich ehrlich nicht dann kommt die auch mal weg zur not kann ich sie ja obwohl ich nicht ich lasse sie noch noch lasse ich sie da ich bin mir ja nicht sicher ob ich da drüben noch ein lagerraum brauche für was eigentlich höchstens für rohen fisch aber der wird ja eigentlich hier auch gelagert oder fisch ja unprepared fisch genau wird zu eben zu pond turtle und so weiter sehr schön designation was ist denn das k ein haufen konglomerat designation h channel mir hier weiter frei so sind die merchants schon abgezogen nein noch nicht dafür wird der flor langsam gebaut sehr schön und ich muss auch irgendwie wann gucken dass ich das gras da wegkriege aber die brücke wird langsam gesäubert oder das zeug löst sich auf eins von beidem so hier wird die arbeit nur träge gemacht auf jeden fall klappt das rufius machen so besser den rufus machen so besser was ist das du bist nicht der grizzly bär oder doch du bist der grizzly bär aber scheinbar scheinen sich zwerge und bären gut zu verstehen was du bist mit irgendwas bespritzt ja goblin blut ich glaube das hatte ich vertrieben oder eine große braune kreatur in dem waldland gefunden wird es ist bekannt für seine furchtbaren angriffe attacken normalerweise wenn er selber oder seine kinder bedroht werden ja das machen wir aber beides nicht deswegen können wir friedlich mit dem bären leben was zum was hast du da in der hand du schläppst gerade den ein krokodil mit dir rum im moment kann ich dir nicht irgendwie einen der wir das krokodil zerlegen den spaß lasse ich ihm mal auch die elfen sind weg gut designation chop down trees wäre ich nämlich auch froh darüber wenn ihr mir die trees hier weg chopen würdet weil ich will so schnell wie möglich auch den burggraben fertig haben warum ist der jetzt major geworden du bist major so gut und ich glaube mein militär ist jetzt beim trainieren oder ja sehr schön und wir haben ja noch keinen platz für den klee wird hier kein clay abgeladen doch eigentlich schon dann dampft das alles war dann landet es wenigstens unten wo es hingehört so ein meiner meinert fleißig wieder damit wir langsam mal die ja das ist die vorletzte ebene die wir gerade aus channel sehr schön okay hier oben wurde fleißig holz gehackt ich habe eitlers ne erst mache ich den refuse fertig und wie sieht hier oben aus okay das wird auch langsam also dass der eine maussen rum gehen muss das ist nicht so toll na das war jetzt nichts auch gut ich hätte auch die rampe hier hin bauen können da hätten sie den weg einfacher gehabt egal lassen wir sie mal so schaffen so dürften sie einigermaßen vorankommen okay die die leichten hier drin sind schon mal weg hier wird immer weiter ausgechannellt wie sieht es eigentlich health mäßig aus irgendeiner der verwundet ist gehen wir mal kurz die liste durch hier sieht gut aus okay das war das ende gut population 97 wir müssen eigentlich doch noch mal die migranten kriegen obwohl die zwerge gerade eigentlich ausreichen die ich habe ich habe ja leider oder was heißt leider noch sehr viele kinder naja zwei kinder sind wieder zu erwachsenen geworden meine expo sind alle im dienst sehr schön der general auch ich habe zwei mechanics einen haufen küche und so das ist alles kraft glaube ich ein gem habe ich metal fernes ja wird langsam langsam so dass